Das ist ja mit uns auch eine Premiere. Wir sind jetzt zur Zeit in Schleswig-Holstein, Hamburg unterwegs und sind in den ganz großen Säden oder auch in den kleinen Theatern und das ist toll. Also im Fitnessstudio waren wir noch nie. Vor allem, wenn wir unterliegen sein, haltet. Genau. Ja, ihr Lieben, seit 25 Jahren sind Hans Werner und ich jetzt im Team. Seit 25 Jahren. Ein Team, haltet. Ein Team. Ein Team, genau. Also machen wir euch beide einen Text. Es ist schon verrückt, dass ihr das gerade heute jetzt hier bei der kleinsten Show stettet. Wieso? Also, naja, weil Hans und ich, ja, wir haben gestern Abend zusammen auf dem Sofa gesessen und haben uns eine Frage gestellt. Wir haben uns heute unterhalten, überall für den Ella, so wie man das macht. Wir haben gute Freunde, kennen wir auch, man quatscht so übereinander und naja, diese Frage, die passt irgendwie ganz gut zu diesen Versprechern hier. Ich habe zum Beispiel eine Frage gestellt, naja, wir haben uns die Frage gestellt, naja, wann hast du deine Ella das letzte Mal so richtig intensiv gespürt? Das war gestern, dass sie mir auf dem Fuß getreten. Wir sind sehr auf dem Fuß getreten. Wir sind sehr auf dem Fuß getreten. Wir sind sehr auf dem Fuß getreten. Wir sind ein paar Kräger. Untertitelung. BR 2018